Für uns steht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt. Ich bin durch meinen Zahnarzt hierher überwiesen worden, weil er gemeint hat, dass der Dr. Sastrow in diesem Fachgebiet ein Spezialist sein sollte für Implantat und für Knochenaufbau. Aus menschlichen Gründen, aus persönlichen Gründen, weil ich mich wirklich gut hier aufgenommen fühle und auf jeden Fall aus professionellen Gründen. Ich habe ja zwei Plantate bekommen in der letzten Zeit und das war optimal. 2012 habe ich dann die Zahnarztpraxis meines Vaters in Wiesloch bei Heidelberg übernommen und diese zur Praxisklinik ausgebaut, in der wir uns nun im Team mit mehreren Zahnärzten und unterschiedlichen Spezialisierungen um die Wünsche und Anliegen unserer Patienten kümmern. Was uns hier auszeichnet bei Dr. Sastrow und Kollegen ist, dass wir die verschiedenen Kompetenzbereiche aufgeteilt haben. Das heißt, jeder von uns konzentriert sich auf sein oder einige Kernbereiche und arbeitet dort mit den aktuellen, modernen Materialien und Instrumenten, sodass für den Patienten eine optimale Versorgung gewährleistet ist, ohne dass er groß die Örtlichkeit wechseln muss. Wenn es komplizierte Fälle gibt, lassen die sich auch alle hier klären und für den Patienten ein optimales Behandlungsergebnis erzielen. In unserem Meisterlabor können wir selbst komplexeste Arbeiten präzise umsetzen. Mir war es wichtig, dass ich eine professionelle Zahnreinigung bekomme. Man hat ein anderes Gefühl, die Zähne fühlen sich anders an, der ganze Mund. Ich habe eine große OP hinter mir gehabt, aber es ist ganz gut gelaufen, weil ich habe ja auch viel Angst gehabt, aber der Herr Sastrow hat mich so gut informiert und alles so gut erklärt und dadurch sind echt alle meine Ängste weggegangen. Seit 2005 bin ich intensiv im Bereich der Implantologie tätig und habe 2009 meinen Master of Science in Implantologie erhalten. Nach meiner Klinikzeit in der Kieferchirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Heidelberg war ich bis 2012 als Oberarzt in der Implantologischen Privatsangklinik Schloss Schellenstein tätig. Allen Personen, denen ich begegne und die in meiner Lage wären, unbedingt Praxis, Dr. Zastrow Islach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Für eine Terminvereinbarung klicken Sie einfach den Button rechts neben diesem Video oder rufen uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie hier in der Praxisklinik Dr. Zastrow und Kollegen. Wir freuen uns auf Sie, bis zum nächsten Mal. Ich bin aus der Szene. Wir freuen uns auf Sie, um pause zu sehen. Wir freuen uns auf Sie, um die Säge zu tun. Ich bin aus der Hodgasse in der Adresseklinik Dr. Zastrow und sage,